Ich begrüße das Gemüse. Cup-Finale. Mattersburg gegen DSV Hartberg. Meisterschaft. Check. Cup-Finale. Check. Cup-Sieger. Ist noch offen. Wer wird es sein? Mattersburg. Oder doch die Saarberg. Das sehen wir jetzt. Los geht's. Ankick. Ja, Mattersburger haben uns schon öfters einen Strich durch die Rechnung gemacht. Entweder ginge es nach Unentschieden aus, haben verloren. Oder. Ja. Das war's dann auch schon. Das. Genau. Ja. Ja. Sicher. so hey das kann nicht sein dass der martesburger schnolte ist als der oh Gott und furchtbar das ist gut, halt auf mit deinem Fuß so, Eckbar, Mattersburg Alter, legst der Eckbar. Was ist denn, ojda? So, Flanke, Plumberger, aber Kuster hält. My God. Das ist ja nicht wahr. Na, du bist nicht schnuller. Na, du bist nicht schnuller. Na, du bist nicht schnuller. Was ist los? Der Schaubberg kommt hier nicht zum Zug. Oh, einer. So, Bonnit. Auf, Etze. Ach Gott, na. Zu viele Burgen, wenn wir uns da fahren. Und da steckt keiner. Gut gemacht. Von Bonnit. Von Bonnit. Ach. Bonnit. Da kann mir auch nichts ausrichten. Und. 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 Oh, mit der jeden Ball aufhangen. Oh, zu weit der Pass. Na, das gibt's ja. Wie kann man nur jetzt mal so defensiv sein? Boah. Und Eckball. Das wird schwierig. Oh Gott. Boah. Unmöglich. Oh Gott. 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 Schauen wir mal hin. Gut gespielt, aber Ball wieder verloren. Ball wieder erobert und Ball wieder verloren. Erobert. Verloren. Was ist hier los? Komm. So, Abstoß des Warburgs. Es wird nicht leicht. Ah. Komm da. Boah. Oh, schön gemacht. So, jetzt der Plumpjaka. Plumpjaka wird hier eingeholt. Und. Oh. Warum pfeift er das nicht? Komm, schau. Er pfeift schon wieder nicht. Was soll das? Ach komm. Hm. Ich verstehe das nicht. Wenn ich das mache, pfeift er sofort. Oh Gott. Bitte. Jedes Mal. Komm. Komm. Boah. Unmöglich. 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 Und keiner steht. Keiner steht. Natürlich. der ist pfeift er. Der ist pfeift er. Komm. Ashley. Ashley Bart. Das ist ein. Wow. Das gibt es nicht. So. Wechsel. Das war ein Berg. Von so aus dem Spiel. Bring kommt. Ja. Dann. Lasson. Und. Da steht es. 1-0. Ashley Bart. Macht es jetzt. Schööööner Eckball. Schöööner Eckball. Hier. Barnes bleibt stehen. Jawoll. Kuster. Ist. Bezwungen. Wie durch ein Wunder. 1-0. Die Führung. Ashley Barnes. Der Torschütze. Wechsel. Das war Berg. Noch. Gilt es. 20 Minuten. Na. 13 Minuten. Zu überstehen. Jetzt nicht nachlassen. Nachliegen. Na. Ja. Genau. So. Legt man nach. Komm. Komm. Pompats. Auf. Geisler. Hitze. Ehhhh. Ehhhh. Boah. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Jetzt gibt es. Was ist denn? Ja. Genau. Da gibt es. Freistoß. Für. Matersburg. Warum auch immer. Da stehe ich nicht ganz. So. Eckball. 5 Minuten. Tutten. Nein. Dann machen. Wirklich. Den Ausgleich. Das gibt es nicht. Oder? Was ist da passiert? Alter. 1. 2. 1. 1. Der Ausgleich. So. Jetzt nicht nachlassen. Schau. Da pfeift er wieder nichts. Ich verstehe. Ich verstehe das einfach nicht. So. Lima. Oh. Oh. Wie der Kuss da. So. Komm. Reguläre Spielzeit. Wollen wir das noch machen. Oha. Boah. So. Bounce auf. Itze. Komm Itze. 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 Nein. Wa. Oh. Das war das Hilfe Momentum. Der muss. Oh. Gott. Nein. 1. 2. Es geht. In die Verlängerung. Hey. Jetzt gesehen ich es erst. Oh. Huber hat die. Oha. Ich muss umstellen. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. dass er die rote gekriegt hat. Eieieiei. Ich muss umstellen. Leute. Warum sagt denn keiner was. Oder? Mann. Starbucks. warum sagt denn keiner was ok oh 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 hier wohnt von nütz, nehmt warum sagt denn keiner was sagt denn keiner was, oha, so ok, damit kann man leben, so nein, keine Wechselmöglichkeiten mehr, ok ok, gut, so, umgestellt, kuba, gelb-rot, ok so jawohl, pass auf, ec, ec 2-2-1 schön gemacht von Larsson, sieht ja, nur so kann man Kuster überwinden Kuster muss man ausspielen das ging jetzt schnell Aufstellung umgestellt und bäm, steht es 2-2-1 so, noch ist es nicht gelaufen so, ruhig spielen, ruhig spielen Ah, das Licht spielt hier Na, was pfeift er denn? Er pfeift jeden Rampler, pfeift er. Das ist unmöglich. Oh, das war wieder für die Fische. Geissler scheitert Acosta. Diesmal hat er aufgepasst. So, Markusburg steht tief drinnen. Puh. So, Helsteins ist vorbei. Fünfzehn Minuten. Gilt es noch zu überstehen. Fünfzehn Minuten. So, Burschen, auf geht's. Wie ist das denn? Ach du. Heilige Makrele. Mann, Mann, Mann. so Boah, jetzt zu langsam. So, acht Minuten noch. So, acht Minuten noch. Das ist gut. So, komm jetzt! Nein! Ja, versammelt. Meine Güte, die Nerven liegen blank. Noch eineinhalb Minuten. Ohne Nachfühlzeit. Es wird auch wahrscheinlich nicht wirklich viel geben. Und, oh! Hätte fast durchgehen können. Und das ist es! Wir sind Cupsieger! Tore von Parns und Etze lassen den Traum wahr werden. Das Double ist zum ersten Mal geschafft. Der Kappflug endlich gebrochen. Und da geht es zur Pokalübergabe. Der Kappelkappe. Huh! Der Kappelkappe. Der Kappelkappe. Ohne Nachfrage. DSV Habberg ist ÖFB Cupsieger in einem spannenden Match gegen Mathersburg. Diesmal hat es Mathersburg nicht geschafft unser Sieg wegzuschnappen, diesmal gehen wir als Sieger vom Platz. Wahnsinn! Österreich, Pokal, Reisgab, DSV Habberg. Ja, spannende Partie, die letztendlich fast an diesen Herren hier gescheitert wäre. Aber zunächst hier Parade, die zum Eckball führt. Zu diesem Eckball, der die erste Vorentscheidung bringt. Und zwar hier. Schön ausgetragener Eckball, Blumberger und Ashley Barnes mit dem Kopf. Läuft hier nach vorne, macht alles richtig. Kuss da ohne Chance. Dann, genau, hier. Oh Gott, der Baseball ist. Normalerweise hätte es Elfmeter geben müssen eigentlich. Ich habe gerade mitgekriegt, dass er Gold Rot war. Ja, was danach auch zum Vorführte nach einem Eckball. Hier, hier, sich hoffentlich verschätzt. Ah, ja, da geht er wieder zurück und das war dann der Fehler. Ich habe gar nicht gecheckt, dass Huber da draußen war. So, dann Nachspielzeit. Wieder ein Kick. Schön gespielt. Konter und EC. Netz hier. Volle Pulle rein. Schön gesehen von Larsson und EC. Spielt die Saison seines Lebens auch. Dann wieder Scheitertmann an Kustau. Und da waren die ersten dann blank. Nichtsdestotrotz 2 zu 1. Blumberger Spieler des Jahres. Kappsieger TSV Hartberg. So soll es sein und nicht anders. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das Double ist schon mal gemacht. Doch ein Match steht noch aus. Noch eine Partie zu spielen in dieser Saison. Und zwar gegen Manchester City. Champions League Finale. Es wird wohl möglich noch schwieriger. Noch härter. Aber das in der nächsten Folge. Manchester City gegen TSV Hartberg. UEFA Champions League Finale. Schaffen wir das Triple. Wir sehen es. PSV Eindhoven gewinnt die Europa League. Ja. Aber wer gewinnt die Champions League. Das sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Pussy aufs Bauchy. Euer Alizinator.